Ich schlafe überall, egal ob im Wald, am Fluss oder auf einer Kuhweide. Guck mal, guck mal hier, hier vorne ist eine Wiese. Und genau hier werde ich jetzt mal einen Schlafplatz aufbauen, wo ich heute pennen werde. So, ich habe jetzt mal einen Schlafplatz aufgebaut. Das sieht so aus und das ist hier komplett verschlossen, also außer das hier vorne. Ach scheiße, ich bin jetzt gerade fast über diesen Hering rübergefallen. Das ist cool. Und genau das hier, das ist Wiese. Und so schlafe ich heute hier. Das ist wieder so richtig Feeling. Ich fühle mich besser, so. Ich kann draußen besser schlafen als zu Hause. Draußen zu pennen ist viel geiler als zu Hause. Guten Morgen. Hier, guck mal, die Sonne scheint gegen mein Hirn. Also, wenn ich jetzt so mache, seht ihr das? Das scheint genau hier drauf. Und deswegen auf diese Hirnhautentzündung werde ich jetzt aufstehen. Guckt euch diese ganzen Ameisen hier vorne an, die mich die ganze Zeit hier belästigen. Die klettern hier rum und so. Und hier vorne lag mein Kopf. Und die sind die ganze Zeit über meinen Kopf rübergelaufen und so. Die sind richtig scheiße, diese Ameisen. Die Ameisen müssen weg. Und da Hand 두혹 trotzdem. Und doch, nein.